Hallo, da sind wir. So, gucken. Gleich weiter hier, zack. Also hier sind wir gerade gewesen. Wo können wir jetzt noch hin? Da hin. Eigentlich ist das doch blöd. Komm, wir gehen erst hier hin. Aha. Ach was. Jetzt sind wir hier oben. Der Vogelgott spricht offenbar nur zur Königin, wenn überhaupt. Geht's hier weiter? Nee. Da können wir auch nicht weiter. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Ja, auf der innen. Nö. Kann ich bis hier hin gehen? Nee, da gibt's nix. Na gut. Erstmal noch nicht. Oh, aha. Vielleicht doch. Ich hatte da gerade eine Idee. Wer weiß, ob das klappt, aber... Ich sehe da so eine... So eine Scheibe. Oh, hätte ja klappen können. Da können wir nichts durchwerfen. Hier können wir ja auch nichts. Na gut, dann können wir ja nun doch wieder runter. Mal hören, weil die Muscheln... Die Muschel flüstert etwas. Fortan seien Spiel, Tanz, Musik und Zauberei im ganzen Reich verboten. Die Bilder in der Galerie dürfen nimmermehr berührt werden. Auch der Garten ist nicht mehr zu betreten. Der Besitz von Rosinen ist verboten. Verdurstete Trauben können niemandem schmecken, der bei Verstand ist. Wer die Gesetze missachtet, wird ans Ende des Nebels verbannt. Okay, das ist ja ein ganzes Buch, was da steht. Zu weit weg. Warum zu weit weg? Das stimmt doch gar nicht. Der ist doch voll nah dran. Mein Arm ist zu kurz. Denn nimm irgendwas anderes. Scheiße, jetzt haben wir das Netz nicht mehr. Hier will ich jetzt rein. Das geht auch noch. Ah, achso, anderes Fenster. Okay. Zu weit weg. Okay, ja, hm. Können wir auch nicht. Ja, das ist ja was. Aber dann geht doch vielleicht diese Tür... Na, wo könnte die hingehen? Aha. Na, wo sind wir denn jetzt hier? Ach du, ach du. Da gehört wohl einer dieser Kristalle rein. Habe ich so einen? Nee, ne? Oh. Also, wir können... Ah, guck mal hier. Ach, was, ähm... Jetzt ist es plötzlich ganz flach. Kannst du mir helfen, Spiegel? In Gwinlings Geschichten konnten Feenspiegel immer sprechen. Was ist das? Deine Ohren sind hässlich. Nein, er kann nicht sprechen. Oh. Schale. Leer. Ja, aber ich habe ja auch nichts zum Einfüllen. Ach ja, okay. Und jetzt haben wir hier den... Erstmal machen wir den da hin nochmal. Ach, guck mal. Ist da nicht irgendwas aufgedacht? Ich guck jetzt mal hier. Da kann man... Das kann man... Ach, da kann man die... Okay, das ist ja lustig. Kann man ihnen einfach so die Ohren abbrechen. Hm. Das ist gar kein Bild, sondern ein Vorsprung. Wozu soll sowas gut sein? Na, geh doch rein. Na gut. Dann gucken wir mal hier. Was ist passiert? Okay, ähm. Wem's gefällt? Hm. Das ist gar kein Bild, sondern ein Vorsprung. Wozu soll sowas gut sein? Hm. Dann gucke ich mal hier hin. Irgendwas hat sich doch da gerade massivst bewegt. Hier hat sich jetzt nichts geändert. Oder? Nee, ne? Dann gucke ich mal kurz, ob es hier irgendwo was sich getan hat. Auch nichts sichtbares? Nee. Nee, hm. Okay, alles klar. Na gut. So. Dann gehe ich doch erst mal wieder. Obwohl. Jetzt gucken wir mal hier. Hat sich hier irgendwas getan? Ach, guck mal. Guck mal, guck mal. Es hat sich gedreht. Was nützt ein Bienenstock in einem verbotenen Garten? Das steht jetzt alles auf dem Kopf. Was nützt ein Bienenstock? Was nützt... Okay. Dieser Brunnen kommt mir bekannt. Ja, ich weiß. Mein Arm ist zu kurz. Unerreichbar. Okay, okay, okay. Das ist ja lustig. Steht mal der Baum auf dem Kopf auf einmal. Ich gehe erst nochmal jetzt hier. Hier geht auch bestimmt noch mehr. Und warum können wir nicht hier oben hin? Wir drehen es erstmal. So, dann nehme ich den hier raus. Und dann tun wir den Kristall doch hier rein, oder? Wenn es geht. Ja, ne? Gehen. Jetzt muss der... Mal sehen, ob was passiert. Ah, Durchgang. Na gut. Ach, ah, oh. Entschuldigung, ich habe gerade mal... Ich habe gerade mal drauf gewartet, dass sich das Bild ändert. Aber jetzt ist er auf einmal hier. Was zum... Krass. Okay, oh mein Gott. Jetzt machen wir hier Sachen, aber... Hallo, Fisch. Ist wohl nur eine ganz normale Statue. Erstaunlich. Ähm. Ohne diesen Farbstein hat auch das Bild keine Farbe. Feen. Oh, na gut. Den setzen wir auch hier wieder ein. Ach, können wir hier... Guck mal, warte mal. Ne, das geht nicht, ne? Kristall einsetzen. Okay. Jetzt haben wir zumindest aber ja diese Farbkugel. Das ist doch schon mal was. Und wir nehmen uns jetzt auch hier den Kristall mit, oder? Wenn das geht. So. Ah, jetzt können wir... Ah, pass mal auf. Ah, ha, ha. Auch so. So. So kann ich es nicht betreten. Es ist flach. Okay, dann probieren wir es nochmal. Steinchen, wo ist das Steinchen? Komm, Steinchen. So. Jetzt ist es ja ein bunter Gang. Komm, passiert jetzt was anderes? Nein. Na gut. Aber dann lasse ich doch trotzdem mal kurz das alles so. Und guck mal, was das mir hier draußen bringt. Oh, guck mal. Oder? War das vorher auch schon so? Oder? Unerreichbar. Das Wasser fliegt. Ach, was. Ach, was. Hi, hi, hi. Wo gehen wir jetzt zuerst hin? Komm, wir gehen zuerst hier hin. Hier brennt Licht. Ach so, das war das, wo wir gerade... Ach, was. Guck mal, ey. Dieser Brunnen kommt mir bekannt vor. Unerreichbar. Können wir hier irgendwas machen? Nee. Aber jetzt können wir mal hören. Ihnen so mal, als wären Sie nie im Winterschlaf gewesen. Hm. Kommt mir vor, als hätte ich jahrelang keine Apfelblüten mehr gerochen. Den Baum treffe ich vielleicht, aber niemals den Apfel. Hm. Was konnte man noch machen? Hier. Wozu denn? Das war falsch auch. Das wollte ich doch gar nicht. Ah, kann ich nicht... Nee, hier geht jetzt gar nichts. Ich muss mal weiter. Hm. 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 Ah, warte mal, Kelch. Den kennen wir doch bestimmt hier. Wir müssen doch da Wasser einfüllen können, oder? Geht nur verloren. Warum? Eine Muschel? Ja, okay. Hm. Den V hier mit dem Speer. Ah, nee, das geht halt nicht. Dann gehen wir jetzt mal hier. Oder können wir jetzt hier nicht hingehen? Doch, ich wollte gerade sagen, das geht gemein. Hm. Hm. Das geht auch nicht, oder was? Das ist ein Abbild der Königin. Aber weder lebensgroß noch Regenbogenfarben. Hm. 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 Dieses putzige Fellknäuel hätte uns beinahe umgebracht. Aber wie soll man dem kleinen Kerl böse... Ja, wissen wir ja. Kann der irgendwas hier gebrauchen? Nee. Hier hinten irgendwas? Nee. Können wir nichts machen, ne? Können wir nichts. Können wir nicht, können wir nicht. So, dann muss ich mal weitergucken. So, so, so. Kann ich jetzt hier hochgehen? Mal gucken. Wir gucken hier lang. Achso, da oben kommen wir auch her. Dann muss ich da mal nochmal hoch. Genau, genau. Ich habe Dreck auf dem Bildschirm. Äh, hier hin. Ja, so, so. Traps, 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 traps. Ach, sie guckt schon nach unten hier. Guck mal. Na. Da guckt sie. Eure Majestät. Hat er die Aufgaben gelöst? Nein. Na und? Aufgaben Vogelmann. Reif an der Statue? Was ist das für ein Reif um den Hals der Statue? Ah. Ein Geschenk der Priester an den Allweisen. Mit diesem Reif sollte er die Priester mit seinem Geist erfüllen, um sie zu erleuchten. Wo sind die Priester jetzt? Als der Vogelmann Nayrutneva verließ, gingen sie mit ihm. So. Äh. Haben wir ja. Hatte er unser Gesetz? Ja, ja. Diese. Diese komische. So. Hier rausgucken. Ah ne. Erst durch das Fenster. Erst durch das Fenster. Äh. Okay. Glück ab. Fenster. Hm. Können wir jetzt? Das wäre... Wenn das jetzt... Also. Hm. Nee. Och Mann. Nun kommen wir da nicht rein. Das bringt nichts. Ja, ja. Das bringt nichts. Kann ich jetzt irgendwas bei dem Apfel machen? Hm? Nee. Hm. Hm. Geht nicht. Naja. Dann schaffen wir es wohl nicht in der Folge. Ich sag mal, ähm. Bis zum nächsten Mal. Wir haben es immer wieder geschafft. Oder bis morgen. Oder was auch immer. Wir sehen uns. Haut rein. Tschüss.